so meine lieben fertig ist es und ich werde euch jetzt ein foto machen und es aufs cover rauft und damit ihr das sehen könnt es sind kleine experimente mit den lasuren mit den farben das ist ein marmorkalkputz und wie verhält sich da welche lasur auf welcher farbe des versuche jetzt ein bisschen raus zu finden und nach musterplatten sollen also diese farbe grün oliv kombiniert sich meiner meinung sehr gut mit gold mit mit den dunklen grün lasur passion grün und mit kalb lasur weiß das mit dem kopf am teil über die welt lassen aber es muss jeder selber wissen ich finde es nicht ganz zu schlecht gelungen ich zeig es euch noch ich verabschiede mir aber vorher ciao und danke fürs zu sehen viel spaß bei meinen anderen videos so 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 so